Willkommen im Hofladen von Werner und Marianne Ruess-Reimann im Burehof Winterhaltli in Butikron. Seit 30 Jahren verkaufen wir hier unser frisches und preiswertes Obst, Milchprodukte, Eier und Honig sowie die vielen beliebten Hofspezialitäten. Unser vielseitiger Familienbetrieb ist IP Swiss zertifiziert und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Seit 10 Jahren lassen wir aus dem eigenen Cabernet und Garanoir-Trauben den Butikner Hauswein keltan. Das ist unser Hofladen. Treten Sie ein! Gerne bedienen wir Sie persönlich und zeigen Ihnen unser Saisonangebot und die Spezialitäten wie Wein und Schnäpse aus eigenen Früchten, Rindfleisch geräuchert und getrocknet und als Geschenk empfehlen wir Ihnen das Butikner Röhrble mit Huswi. Gerne empfangen wir Sie auch bei unserer alljährlichen Weindegustation. Hofladen Winterhaltli der Familie Ruess-Reimann in Butikon. Frisch vom Produzent zum Konsument.